Ausstellergruppen können nicht nur dazu genutzt werden, um Felder im Ausstellerbereich ein- oder auszublenden, sondern auch um Artikel im Shop für bestimmte Gruppen zu rabattieren oder überhaupt erst sichtbar zu machen. Dazu muss eine entsprechende Ausstellergruppe unter Tools Einstellungen angelegt werden. In der Artikelübersicht klickt man dann auf einen Artikel, geht dann auf die Eigenschaften und ordnet diesen Artikel der Ausstellergruppe zu. Nur ausgewählte Aussteller können dadurch ein Produkt im Shop einsehen und bestellen.